Jetzt sind sie alle erst mal ausgestiegen. Mit was kommen sie denn? Mit dem, was sie schon die ganze Zeit fahren, ja ist der Speedo, ja ist doch, ist ja lächerlich, was wollen die denn machen? Was wollen die denn machen mit dem Speedo, ey, Spackos, ey. Ah, just for fun. Gleich klappt's ja. 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 Da ist er der Spastier Ja Junge Ja Schick sie alle hier Ja genau Fick sie Ich sehe ihre scheiß Karren aber nicht Die schießen hier oben Ja lasse doch Ich höre die Achterbetter Der Bomber ist passiv Tja Leute, das war ja wohl nichts Sowas wohl nichts Jetzt wollte er nochmal zurück zur Avenger Jetzt habe ich sie gerade wieder ins Lager zurück geholt Chillen Ach scheiße Ja du hast ihn Geil, 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 geil Aber wir wollen ja die anderen beiden Ja gut, wie gesagt Ach der hat das Spiel verlassen Ach der Bomber ist auch wieder da, der ist wieder zurück gekommen Ja gut Ja gut, schön Ja klar. Ja war ja klar. Habe ich vorher gar nicht drauf geachtet. Sollen wir die mal rausschmeißen? Komm wir schmeißen die raus. Just for fun. Vierer KD habe ich ja noch nicht geguckt. Ja, raus damit. Ja, alles nur im Godmode Speedo. Jetzt müsste die in kurzer Zeit ja weg ist. Ja, Junge. Wo ist immer zu leicht in der Lobby, oder was? Ja klar. Lobby clear. So was von clear. Ja, scheiße. Vielleicht ist der auch irgendwo auf dem Gebäude. Aber in der Richtung wo der ist, ist kein hohes Gebäude. Der hat gedacht, er kann mich mit seiner Drecksoppresse überfahren. Der Wichser. Der Wichser. Geil. Ist nicht, ist nicht. Zum Glück. Geil. Ich komme. Ja. 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 Und der Dings ist hinter mir her. Geil. Ja, scheiße, scheiße. Ja. Fliig mal nur so in der Nähe. Ich weiß nicht, was passiert in den Lampen ist, aber ich glaube nicht, dass du in die ... Ach ja, ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal. Ach, mega. Schlechten Tag, ja. Ja, ja. Aber meine Landung gerade war auch geil, ey. Ja, mega. Ja, schießt da rüber, wie soll der war. Ja. Achtung, hier. Guck mal hier. Gigantisch. Er blickt es aber nicht. Nö. Ja, schießt immer weiter. Guck mal hier. Ja, guck mal hier. Kommt ein Heli. Ja, geil. Der ist auch gleich Geschichte. Jo, wo ist er? Ganz, ganz weit oben. Ach so, okay. Das Problem ist, als gestorben ist er. Fallschirm. Okay. Ja. Die Jachtabwehr hat den Fallschirm runter geholt. Ja. Sind sie beide drüben. Ja, die waren aber eben auch schon Freunde, die haben sich eben schon gegenseitig gekillt. Hahaha. Jetzt kannst du dir das angucken da drüben, ne. Ja. Ja. Wir haben sogar Karten für die erste Reihe. Ja, natürlich. Ja, jetzt kannst du ja drüben ab. Ja. Ja. Ja, natürlich. So was nennt man Spielerzusammenführung, ne. Ja. Hier, hier am Boden. Taufer. Hahaha. 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 Taufer. So ist ja alle ahnen. Hahaha. 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 Da unten ist er doch. Das war doch der Black Chicken schon wieder, der Spacko, ey. Der mich da vom Hochhaus kicken wollte. Hahaha. Komm, wir gehen doch mal ins Geländer. Hahaha. 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 Ja, natürlich. Ist das normal, Junge. Ist das normal? Ja. Hahaha. Hahaha. Ne, alles gut. Alles gut. Ich hab ihn ja nochmal gekriegt. Hahaha. Hahaha. Na, go. Na, go. Na, go. Na, go. Na, go. auf, na. bereich stuck.